Ich hab, ich hab... Moment, Moment. Moment, Moment. Hallo. Was ist doch da? Irgendwann hab ich da die Blöcke gedacht. Ich hab doch da zwei Blöcke hingesetzt. Der glotzt uns da einfach nur so an. Das sind doch zwei Bescheuerte. Okay, wir fällen wieder zurück. Wo ist denn das Ding? Warte mal. Hä? Ich seh nichts, warte mal. Warte, lass mich mal durch. Ich bin fast hier runtergeflogen. Hä, wo hab ich das Ding denn hingeplaced? Hä, ich hab doch vorher woanders hingeschossen. Ach, Moment, warte, wir machen das mal anders. Wir können mal bestimmt woanders hin, oder? Parkour, sagst du? Ja, müssen wir jetzt spielen. Vielleicht muss wir eben. Neu, ich bin da, wo du grad das Brotal hingeschossen hast. Okay. Geht easy. Jetzt kann ich natürlich sterben, ne? Ah, ich hab meinen Grad nur. Oh, fuck. Ich kann hier weg. Moment. Warte kurz, ich kann hier ne Wand bauen. Ich muss mir irgendein paar Blöcke holen. Ja, aber das muss irgendwo da hin. Da wo das Blaue... Naja. Warte kurz, oder? Da wo das Blaue... Alter. Da irgendwo hin. Siehst du das? Ne, ist ne Wand. Weiter hoch noch ein Stück? Probier nochmal. Ja. Das ist an der Wand. Ist es noch an der Wand? Ja, ist ne Wand. Okay. Lol. Okay, wo ist das Grab? Äh, 50 mehr in die Richtung. Wo? Wir müssen hier über die Lava an dem Geschlecht. Die Magma ist lang vorbei. Der ist jederzeit in die Lava-Schutz. Wo müssen wir denn hin? Pass auf, guck mal hier. Spring du vor. Du kannst nicht viel verlieren. Geht das? Ja, ja, passt. Solange du nicht zu schwungvoll durchsprichst und in der Lava landest, ja. Okay. Irgendwie kriegen sie ja noch Magma-Slimes. Prima. Cool. Hi. Wie geht's euch so? Kann man gut gebrauchen. Kann man welche kriegen würden. So, um wo jetzt hin. Okay, einmal drum. Berg Aktion 2. Die ist eigentlich, äh, easy. Nur ein bisschen Parcours spielen. Oh. Da ist es. Ja, ich hab jetzt alles aufgesammelt. Äh. Oh, das merke ich. Ja. Hier. Ich glaub das war alles deins. Okay. Okay. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich bau jetzt mal eben hier nen Weg hoch. Passt du die Koordinaten irgendwie? Ne. Doch. Äh. Wir haben doch hier das. Äh. Oh oh. Wo ist der Baum? Da? Wo ist denn der Baum? Da ist ein Todespunkt. Da ist das Portal. Da ist ein Todespunkt. Okay. Ach du Scheiße. Äh. Ich könnte jetzt Teleport den machen. Aber dann könnte ich sterben, ne? Yolo? Yolo? Jo. Okay, warte mal. Ich lass dir ein Portal hier. Das ist, äh. Ich lass dir blau hier. Ja. Okay. Äh. Äh. Bitte? Warte. Nimm auf. Hab ich vor. Okay. Den Sock. Oh, nicht Options. Rapons. Teleport 2. Ich bin da. Lebst du? Ja. Portal steht. Wo bist du? Rucksack. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Okay. Pass auf. Ah, schaffen wir. Okay. Gern durch. Bring durch. Wir leben. Ja, wir leben. Wie auch immer wir das überlebt haben. Keine Ahnung. Wir haben ne Portal Gun. Damit kann man alles überleben. Okay. Das haben wir. Ja. So. Wollen wir jetzt die Pumpe aufstellen? Ja, wir wollen eigentlich die Pumpe aufstellen. Noch. Irgendwie. Irgendwie. Das ist ein Nether, oder? Äh. Ja, das können wir aber vorne aufstellen. Wir brauchen nicht indirekt hier ganz nahe anstellen. Die Portal Gun. Das ist, glaube ich, das heiligste Stück, was ich mit habe mittlerweile. Portal Gun. Aua. Sichtgeil. Kann man sich mit, äh, Pinkers Construct eigentlich auch Rüstung machen? Hm, ich glaube nicht. Das fehlt noch. Warum brennst du? Brenne nicht. Ich, Gift. Oh. Brennst du noch? Oder giftest du schon? Das ist so ne neue Werbung, ne? So, Gift. Bist du langsam noch vorbei? Nö. Du stirbst vorher noch. Bestimmt. Der Sludge ist fast voll. Okay. Ja, der Sludge, Sludgelein. Macht's einfach Sludge. Das muss einfach Sludgefleetsch sein. Ach, wir brauchen Enderpearls. Boah, hoffentlich hat... Ich hab eine. So, bitte, dass irgendeiner von den... Oh, ja, du hast auch eine. Wir brauchen 3 hier. Wir brauchen 3 hier für den Chunkloader auch noch. Bitte hat irgendein Fagott noch ne Enderpearl. Nein, wir... Wir haben keine Enderpearl. Wir haben keinen Enderpearl mehr. Mh... Fuck. Haben wir einen Gastrainer? Ne, warum? Damit kann man... Äh, mit... Äh, hier... Natura... Ne, ähm... Botania... Kann man mit... Ne Gastrainer... Äh, 5 Fragmente. Such 5 Fragmente zusammen. Eins hab ich. Was zum Windows? Äh... Nein, wir haben keine 5 Fragmente Endsaft. Nein, haben wir nicht. Scheiße. Wir haben nicht mal 5 Fragmente zusammen. Hier ist noch eins. Ja, eins hab ich da reingetan. Du meinst hier mit, äh, mit, 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 mit... Ach, mit Botania, ne? Ja. Brauch ich mal ne Ender. Aber we- weißt du wie das funktioniert? Ja. Okay. Dafür brauchen wir ne Gast hier. Ja, ich glaube die ist weniger ekelhaft zu besorgen als... Ne? Ja, aber die haben wir glaube ich auch nicht. Ja, noch sonst jene Scheiß. Ja. Warten wir jetzt bis Nacht ist? Es wird Nacht. Mhm. Warte mal. Aber da ist schon ein Verhältnis raus. Was ist da los? Wir können ja schon mal die Ender-Tanks machen. Ender. Ja, mach mal. Ich guck mal nach der, äh, Ding aus. Ja, da brauchen wir... Oh, wir haben kein Eisen, oder? Und wir brauchen Obsidian. Gieß die, gieß die voll. Warte mal, Obsidian haben wir doch. Ja, sechsmal. Äh... Gieß die, gieß die. Eine Bergungs-Aktion. Ja, Bergungs-Aktion. So kriegt man auch. Bergungs-Aktion, okay. Na? Okay, ich will nicht wissen, wie viele Dinger hier rumflitzen. Äh, wir haben kein Eisen mehr. Wir haben kein Eisen mehr. Kriegen wir jetzt Eisen her? Ja, wir haben irgendwie, äh, Probleme mit Eisen oder mit Ender-Pearls. Mit beidem. Ah, irgendeins muss... Das tut da nix mehr. Warte mal, hier so'n, so'n Topf haben wir schon mal. So'ne Badewanne. Wir brauchen noch... Ah, wir haben zwei Badewanne, okay. Zwei Badewanne ist okay. Die brauchen wir nur. Zwei Ender-Pearls haben wir. Wir haben das. Wir brauchen jetzt noch Wolle. Besten rote Wolle. Ich würde sagen, knallrote Wolle ist jutt. Jetzt brauche ich noch weiße Wolle. Besten rote Wolle. Ja, haben wir. Aber ich glaube, wir brauchen einen Junk-Loader, definitiv. Ja, ich glaube auch. Okay, wir könnten noch eine Quarry bauen, die ist auch ein Junk-Loader. Ja. Ja, aber ist teurer. Aber wir haben's halt gerade, ne? Ja, wir haben's... Ja, die ist... ...ne Ender-Pearls haben. Eins, zwei, eins. Vor allem bei dem wird ein Ender-Pearls zu farmen, ne? Ja. Okay. Die Endertanks stehen schon mal. Jetzt brauchen wir nur einen Lava-Generator noch, ne? Lava... Oh. Ich wollte... Lava. Lava-Generator. Dafür brauchen wir... Oh, ne. Da brauchen wir einen Eisenblock. Wheelie. Der hat einen Schweinekopf. Töte es. Vor's Eierlicht. War da gerade ein Enderman? Oh, das Wetter ist nervig. Oh, das ist Nacht. Wir könnten schlafen gehen. Und dann ist es Tag. Und dann... Ah... Der Zwickmühle. Nö. Ich weiß gar nicht, was du hast. Jetzt in Nether und jage einen Gerst. Irgendwie regnet sich mehr. Oder auch nicht. Weil ich habe keinen Bock darauf zu warten. Spinner. Skelett. Wo ist ein Enderman? Den einen Tank können wir da hinten aufstellen, ne? Aber wir brauchen Eisen. Das ist nicht wahr. Warte mal. Wir haben Eisen. Sicher. Wir haben die Berry-Busches. Ich weiß. Geht mir auf... Ernsthaft. Müsst ihr mir jetzt auf den Sack gehen? Oh Gott. Oh Gott, ne Willerkatze. Oh Gott, ne Willerkatze. Oh mein Gott, ne Willerkatze. So schnell wie es geht dahin ist ein Enderman. Stopp einfach so ne beschissene Enderperle. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich weiß egal was die 8 Milliarden anderen Mobs hinterher mit... danach mit mir machen. Aber bitte stopp einfach ne Enderperle. Versteht. Oh, ich hab grad ne Zombie-Invasion. Ja, ich auch. Drei Stück. Oh. Bin ich schon beim fünften Zombie. Und der sechste folgt da oben schon. Sehen schon, wie er sein Gelächts auf mein Fleisch hat. Und er stirbt. Seid mir den. Natürlich kein... Aber warum auch? Ich weiß nicht, jetzt brauchst du ne Enderperle, ne? Okay, das könnte... Das wird knapp, das werden keine... Ein Problem werden, glaub ich. Geht drei Stück. Ich bin mir noch nie sicher. Es kann doch nicht sein, dass wir kein... Zeug mehr haben. Alter, wir sind total arm. Und zwar drei Milliarden Liter Bärensaft, aber... Ja, den braucht ihr mit Joe. Ich seh deinen Enderman, ich seh einen. Wo? Ne, das ist... Ne, das ist ne Witch. Verweilten sie das aus, den Green Enderman. Komm her. Komm Witch. Witch komm, Witch komm, Witch komm. Witch komm, Witch komm. Bitte Fotze. Du, bitte Fotze Katze. Warum sterb ich? Weiß ich nicht. Ach, du hast Rüstung, ne? Ja. Du Cheater. Alter, ich hör nur Blaze ist schon wieder. Ja, ich auch. Ich hab den Grab gefunden. Oh. Ach. Die fette Katze tot. Ich hab nichts aus meinem Grab rausbekommen. WTF? 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 Mein Internet ist abgekackt. Ich mach nen kurzen Cut hier. Bis ich wieder da bin. WTF? WTF? Im 45.